Ihr habt einen wirklich wahnsinnig, wenn du mit der deutschen Sprache nicht aufgewachsen bist, du kannst es eigentlich fast vergessen. Das ist sehr schwierig und die stolpern zuerst über der, die, das. Der, die, das. Und ich will das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft. Den Kalifat. Das. Kalifat in Deutschland. Der, die, das. Der, die, das. Der, die, das.